Ja, hallo mein Lieben, Zockfreunde, willkommen zurück zu Let's Play, näher ihm am Rande des Schicksals. Und wir sollten nun wirklich langsam unsere Ausrüstung abholen gehen. Findet ihr nicht auch, dass es an der Zeit ist? Ich denke schon. Und aus diesem Grunde machen wir uns nun hier mal auf den Rückweg zur Festung. Und ich denke, da mit dem Schlüssel sollten wir auch durch die Türe kommen. Und wie es weitergeht, sehen wir ja. Ich weiß es ja auch noch nicht. Das habe ich ja auch nie gezockt. Ah, hier haben wir ja schon aufgeräumt. So. So. Komm doch her. Na, wir sind ein gutes Team. Alles nehmen. Und dann. Okay. Okay. Hallo? So. Scheisse, scheisse, scheisse. Mist, Mist, Mist. Genesungstrank. Puh. Kurze Pause. Ja, so hier hoch. Aus Versehen einen Tank genommen. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Die hat hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ein Magiersymbol. Ja. 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 So. Nee, da gehen wir besser nicht lang. Da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr zurück. Ich hätte schon noch gerne meine Ausrüstung. Ja. Ja. So. Ja, wo ist denn nun hier meine Ausrüstung? Deine Sachen sind da in der Kiste. Ja. Okay. Excalibur. Die Pfeile. Stab. Schlachtrobe. Den Kettenhelm. Ähm. Eingekommen. Wenn du sie zur Seite trägst, können wir dort lang nach draussen. Okay. Aber zuerst muss ich hier mal ein bisschen Zeug loswerden. Darunter, ähm. Was war denn gleich noch mal fallen lassen? Im Rasten. Wie kann man denn hier was fallen lassen? Vorwärts. Neu. 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 Deine Sachen sind da in der Kiste. So, Eisenpfeil, Altenbogen, Excalibur. Das nehmen wir natürlich mit. Den Stahlgolch, den Kettenhelm, die Tränke und die ganzen Zutaten. So. Elf Seife. Ja, den ganzen Scheiss. Das ganze Zeug kommt auch noch mit. Das ist ein alter Gang, durch den ich reingekommen bin. Wenn du sie zur Seite trägst... Ja, ist ja gut. Können wir dort lang nach draußen? Ähm, ja. Und wie kann man nun hier was fallen lassen? Da müssen wir wohl hier reinlegen. Na, die Runen-Sachen möchte ich schon behalten. Das kann weg. So. Ende. 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 Ähm, was war denn? Rechts. So! Bitte, können wir nicht einfach in das Sand? Okay. Schauen. Ich muss doch hier irgendwie die Scheiße fallen lassen können. Ach, das ist für Rüstungsteile. Muss ich dann nach der Aufnahme mal schauen gehen. Wie sieht's eigentlich mit meinem Schwert aus? Ja, ist noch fast voll. Ach, nun müssen wir ja hier noch durch Silke rennen durch. Ah ja. Und wenn ich mich echt erinnere, gehen die Typen noch auf uns los. Können wir mal ja auf Spaß hier. Oh ja. What the hell? Okay, lassen wir das lieber. Lieber einen Hammel abschlachten. 3000 DP brauchen wir für den ersten Aufstehen. Erkrankter Hirsch. Ja, und deswegen leuchtet der auf. Auch wenn's nicht logisch ist. Egal. Alles klar. Vielen Dank.